Spaß ist mir wichtiger als alles andere. Wartet! Meine Ex-Freunde sind Rockstars und Sportler. Hallo! Für mich wäre es ein Kinderspiel, sämtliche Männer auf der anderen Seite zu verführen. Sag was! Aber ich weiß, was ich will. Manche Frauen wollen die Karriereleiter erklimmen und viel Geld schäffeln. So bin ich ganz und gar nicht. Hallo! Hey! Ich bin ein Luxusweibchen. Dazu stehe ich. Mein Mann soll mir das Gefühl geben, dass ich für ihn die unangefochtene Nummer 1 bin. Und er soll kochen können. Ich stehe nicht gerne am Herd und irgendwas müssen die Kinder ja essen. Was hast du zuletzt zubereitet? Keine Ahnung. Ein Smoothie? Oh Mann! Steht dir rot? Klar. Rot, weiß und blau. Eigentlich stehen mir alle Farben. Sehr sexy.